Wir sind drin. Erfüllt sogar die Optionale. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Oben. Alles klar. Das ist richtig. Erwin, Xmeer. ja okay alles klar dass es ist praktisch jetzt hier unten so vielleicht doch einen anderen weg keine ahnung wie ich das machen soll ist ich dachte er kontrolliert die oder die enklave wieso haut das nicht hin ich 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 FREE ich oh gott das ist ein richtig26 weiter weg wie wieso vorsicht wusst ... was man essen kann. Ist jetzt so egal. Pusse jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wein, Wein, Wodka, reichern. Batsche, okay. Können wir uns gut vorstellen, dass er jetzt gleich an der ist. Batsche, okay. Oh, ich hab so keine Lust, hier durchzulaufen, ne? Bin hier early. Das hat jetzt grad so ein bisschen Alien-Vibes. Oh, ich kann hier schlafen. Ich kann hier schlafen, aufheilen. Ganz wichtiger Spot hier. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, das geht jetzt eigentlich los. Mein Herz. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Also, ich hab noch... ... 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 Come on! Minen, ja. Minen sind jetzt nicht zu... Oh, ich hab zu viele Minen, oder? Jo. Die Minen nicht. Jetzt ist Käse. Aber Heilung. Nein, nicht den Pöppel mitnehmen. Voll, toll. So, es ist doch nicht hier unten lang. Okay. Kann sein, ne? Habe ich noch Munition jetzt wieder für... ...Wertling? Nee. Der ist unten. Nee, der ist oben. Au. Oh, nur ein Riffan. Ja, toll. Oh. Mein Kopf. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Okay, den zweiten erledigt. Alles klar. Garg noch gemerkt. Da muss ich auch durch. Ja. Speichern. Bestimmt noch einen dritten. Bin ich sogar noch einen... ...vierten. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Locker noch zwei. Mit dem Weg, der noch vor uns liegt. Binde. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Zwei Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Mag die Quest nicht. Jetzt hätte ich die Minen doch gebraucht. Das war dumm. Das war dumm. Das ist eine Mine. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Der falsche Knopf. Der falsche Knopf. Ich war auf Escape und nicht auf Tab. Der hatte nur noch zwei Striche, der Noob. Das war's. Das war's. Was ist die Knopf? Rho? Rho? nein nee nee das sind wir ein bisschen arg viele gefahr ja auch 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 Ah Guck mal, wie er dich umarmen möchte. So richtig überschwänglich. Ja, absolut. Hi, Loti. Mein Süßer, was geht? Hilfe, Hilfe. Ich will nicht sterben. Also, nicht schon wieder. Oh, nö. Nö, bitte nicht. Speichern. Ich muss, ich muss mich heilen. Aber wirklich ziki zaki, hühnerkacki. Nicht mit Putz, mit... Ist ja gut da hinten. Das ist schon mal gut. Oh, 100 Leber. Nee, warum möchte ich nichts nehmen? Warum kann ich eigentlich nicht reparieren? Und Bett. Puh, aufgeheilt. Pogen haben nachgelassen. Ich bin mal zugetextet auf Discord. Ja, alles klar. Alles klar, lese ich nachher. Jetzt sehen wir uns gleich. Und safe. Lala, 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 lala. Jetzt geht alles schief. Jetzt geht alles schief. Oh, der nächste, wie weit habe ich denn noch? Scheiß, doch die Wand an. Da hinten. Ich bin jetzt hier. Und bin überladen. Warum denn das jetzt? Bin ich gar nicht. Ich muss noch treffen. Irgendwie habe ich gerade ein kleines Problem, mal wieder. Scotch. Chat. Kram. Flugpaket. Kann ich mich gerade nicht richtig rennen. Jetzt geht's wieder. Ne, ne? Ach du. Du, du, Eimel. Ach. Ach. Das Ding kriegt auch nicht viel. Au. Chat. Chat. Oh, komm mal umarmen hier. Hab ihn. Klick mich jetzt mal wieder hin. Woo. Wir sind im Gebäude. Endlich. Oh, komm mal wieder hin. Oh, komm mal wieder hin. Oh, komm mal wieder hin.